Man lernt Sachen wie ethisches Handeln, beziehungsweise man stellt sich auf Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens? Religion ist ein Studium, wo es um mein persönliches Leben auch geht, um meinen Glauben, dass ich dann reflektiere, die ganze religiöse Biografie und einfach einmal alles verstehen. Ich studiere Anthropologie, ich studiere Philosophie, ich kriege einen Einblick in Kunstwissenschaft, in Literaturwissenschaften, in Sozialwissenschaften, ein irrsinnig breites Studium.